Ja, liebe Kinder, Hallihallo, ich begrüße euch, wir begrüßen euch zur Kinderpressekonferenz mit, da sind unsere beiden Spieler, die Protagonisten natürlich, der Patrick, Patrick Hager und der Justin Schütz. Wer macht in der Kabine am Mainbruch, was? Frank Mauer. Definitiv, definitiv. Ohne zu überlegen. Hager, wie viele Szenen hast du schon beim Eishockey-Spielen verloren? Bitte. Ich habe schon vier Zähne verloren. Wer kommt immer zu spät in die Kabine? Darf ich mal sagen? Das darfst du schon sagen, ja. Aber an sich sind wir schon sehr diszipliniert, was das angeht. Wenn ich zu spät komme, eigentlich keiner. Das stimmt schon. Aber wie ist es denn, Schützi, wie viele brauchst du so in einer Saison? Wie viele Schläger machst du da so kaputt? Ja, ich brauche tatsächlich nicht so viele. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Patrick braucht bestimmt ein paar mehr. Kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich mit den Länderspielen in der Regel und WM's. Ich sage mal so einen Schnitt 40, glaube ich, werden es schon sein. Bis zum nächsten Mal.